Hallo und wieder mal herzlich willkommen hier auf Masses Clash Channel. Wie ihr sehen könnt, bin ich mit den Pokalen etwas hochgegangen und ich habe auch wieder meine Kriegsbase hier zu Rate gezogen. Und zwar möchte ich jetzt wieder ein bisschen in Richtung Chap meine Pokis bewegen, denn ich brauche sehr sehr viel Delex im Moment, da die Helden noch relativ niedrig sind. Ein Level 10er Königin und ein jetzt dann bald Level 12er King, die müssen noch einiges an Erfahrung sammeln und deshalb habe ich mir gedacht, gehe ich doch ein bisschen weiter hoch in den Pokalen, damit ich in den höheren Ligen auch mehr Bonus bekomme, vor allem mit dem dunklen Elixier. Und daher auch meine Kriegsbase und ich würde jetzt einfach mal so ein paar Verteidigungen zeigen, wie sie sich denn hier weiter oben, beziehungsweise soweit bin ich ja noch nicht ganz oben, in Kristall so schlägt. Die oberste Verteidigung, die seht ihr gleich nachher noch als Live-Verteidigung, die habe ich genau live mitgeschnitten. Und ihr seht, es sind schon, also vor allem hier unten ein paar Verteidigungen dabei. Da kommen auch noch ein paar mehr. Manche von diesen Verteidigungen sind einfach nur Leute, die mit den Pokis runter wollen. Aber ein paar sind auch ganz gute dabei gewesen. Hier zum Beispiel gegen einen Koreaner mit Riesenheiler, 17er Königin. Und hier ein wirklich sehr komischer, der ist mit Hunden und mit Schweinen losgegangen. Keine Ahnung, was der von mir wollte. Und ich zeige euch jetzt einfach mal die Angriffe hier oben, die noch übrig sind. Wir fangen mal gleich mal mit einem Verlust von mir an. Mit einer Verteidigung, die ich nicht verteidigt habe. 23er König und 25er Queen. Und sehr sehr auffällig ist, dass die meisten von hier rechts unten starten. Deshalb habe ich da auch schon ein, zwei Sprungfallen unten hingesetzt. Und es scheint irgendwie so von rechts unten so das Lieblingsziel von den meisten Angreifern zu sein. Ich tippe mal auch, dass es sein könnte, dass das an meinem Delex-Lager liegt, das hier unten ja in der Nähe ist. Auch wenn das Rathaus eigentlich dadurch eher ein bisschen weiter hinten ist. Aber das Delex-Lager scheint da genug Anziehung zu sein, dass alle von rechts unten kommen. Einen Riesenangriff haben wir hier mit 6er Riesen und mit Barbaren und mit ein paar Bogies hinterher. Eigentlich bleiben sie alle relativ außen an der Mauer hängen und es wird schon sehr sehr viel Schaden gemacht. Und sie laufen auch etwas nach außen weg. Jetzt der Sprungzauber ermöglicht ihnen den Weg in die Mitte rein. Und die Riesen laufen da auch alle Reihen der König hinterher. Und die Magier machen da ziemlich ziemlich viel Schaden. Aber die Riesen laufen jetzt rechts vorbei und jetzt ist die einzige eigentlich, die noch da hinten steht, ist die Königin. Die Magier schießen noch mein Rathaus ab. Die Königin wird gezündet und der Angreifer endet da den Raid. Ich tippe mal, weil er nicht mehr seinen König und seine Königin verlieren wollte. Aber die 50% hätte der er da eigentlich schon locker noch hinbekommen. Aber ihm ging es wohl wirklich um mein dunkles Elixier. Ein Pokal, ja bin ich ganz zufrieden damit, das kann man auch mal abgeben. Die nächste Verteidigung ist dann aber mal eine positive von mir. Die ist ganz gut verlaufen, diesmal sogar mit gemaksten Truppen. Aber nur einem 17er König. Königin war wohl gerade am Schlafen. Von hier unten kommt er mit ein paar Truppen an. Und das Positive auch an meiner Base ist, dass wirklich überhaupt kein Spot an der Base einen toten Winkel hat. Also überall kommen praktisch meine Verteidigungen hin. Und von hier oben startet dann Genghis Khan mit dem Angriff, auch wieder mit seinen 7er Riesen, ein paar Mauerbrecher. Und hier fliegen gleich mal ein paar Riesen in die Luft, da meine Sprungfallen auch sehr, sehr gut platziert sind, würde ich sagen. Und er greift diesmal von der anderen Seite an, also nicht von der Seite, wo mein Delex-Lager steht. Aber da kommt er eventuell noch hin. Der Tesla hier macht auch einen ziemlich guten Job, wird aber von den Magiern leider auseinandergenommen. Und da kommt erst meine Klamburg. Er hat sie vorher gezogen, beziehungsweise dachte er zumindest, dass er sie gezogen hat. Aber es sind nur die ein, zwei Bodentruppen rausgekommen. Da habe ich echt Glück gehabt, weil die Lakis mir da oben meinen Hintern gerettet haben. Und sie jetzt noch die ganzen, ganzen Boogies da außen auch noch mit abräumen. Und er versucht hier gerade noch so ein paar Prozente unten herum noch zu reißen mit den Boogies. Aber die Lakis machen es rechts noch den, den Clean-Up-Truppen richtig schwer. Und da haben wir nur noch 5 Sekunden, 47 Prozent. Und jetzt sind die Boogies in der Reichweite von dem Mörser und werden von diesem auch vernichtend geschlagen. Und ich gewinne 25 Boogies und behalte sogar meinen Delex. Da das hier unbeschadet drin geblieben ist. Normalerweise steht meine Clanburg, die hier unten in der Mitte steht, natürlich weiter drinnen. Zum Beispiel auch im Clan-Krieg. Aber momentan habe ich mir gedacht, stelle ich sie lieber mal ein bisschen weiter nach draußen. Da mir mein Delex eigentlich wichtiger ist. So, das waren jetzt die zwei Angriffe. Den anderen Live-Angriff, den bekommt ihr gleich zu sehen. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß damit. Und wir springen da gleich live in einen Angriff rein. Vom Angreifer Toni von Southern War gegen meine Kriegssbase. Und er greift hier mit 7er Riesen an. Das ist also ein Rathaus-10er mit 25er Queen. Oh je, ich glaube, das wird ein Sieg für ihn. Da sind nämlich noch ganz, ganz viele Riesen in der Mitte übrig. Aber vielleicht haben wir ja Glück, weil die Magier außen rumlaufen und da drauf gehen. Aber die Queen in der Mitte wird das noch holen. 50er Queen, 25er Queen. Und ein Heiler ist da auch noch dabei. Und ein Magier geht da auch noch auf mein Rathaus. Also das Rathaus wird fallen. Und die Riesen machen da auch einen ziemlich guten Job. Die laufen jetzt auch weiter und nehmen da gleich die 50% mit. Sehr, sehr schade. Okay, ich hatte eigentlich darauf gehofft, dass es hier eine weitere Verteidigung von mir gibt. Aber gegen den Rathaus-10er mit 25er Queen und maximierten Riesen kann ich dann doch, glaube ich, nicht so wirklich bestehen. Und da hat er seinen Angriff beendet. Zündet seine Queen noch und beendet den Angriff. Minus 23 Pokis. Haiaiaiaiai. Na, das hätte auch besser laufen können. Und 1800 Deleks verloren. Puh, naja, schauen wir mal wieder nächstes, wie die nächste Verteidigung so läuft. So, das war's auch schon wieder. Ich werde euch das nächste Mal wieder Bescheid geben, wenn ich dann in Meister angelangt bin. Das wird wohl nicht mehr allzu lange dauern. Ich tippe mal auf kommendes Wochenende. Dann wird es wieder weitere Verteidigungen geben. Vielleicht auch ein paar Angriffe von mir auf bessere Rathaus-9er, da ich ja momentan noch am Batschen bin, wie ihr seht. Und da werde ich dann natürlich mit anderen Taktiken rangehen müssen, da ich weiter hoch möchte in Champ und dann mal schauen, wie weit es dann noch weiter geht. Also ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis dahin hier auf meinem Channel. Bis dahin hier.